Ein 13 Zimmer Mehrfamilienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich in Erkrad. 1968 wurde dieses Haus erbaut. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1026 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 400 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 625.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020